Ich markier's, oder? Ja. Genug aufgewertet! Bereithalten für den Einsatz im Kriegsgebiet! Es ist halt auch nicht mehr so mit dem ganzen DMR gescheißen und so. Ja, wir haben uns keine Metropologen, das ist ja... Also keine richtigen Schlagen. Das ist ja so. Das ist gut, aber das ist okay. Es ist jetzt nicht so, ich hätte die Box nicht raus gehabt, oder? Es war kein einziger unklarer Ziel, oder so. Ich meine, ich habe Spaß, wenn ich es so testen kann. Ich sehe, das ist ja eine Runde lang. Ich habe tief gemacht. Jetzt werde ich wieder mit meiner Grau mal spielen. Das hat lange gemacht. Grauen Kilo sind wieder. Das Gas breitet sich schnell aus. Begib dich in die Sicherheitszone! Nein, du spielst die Spiele zu viel. Was so? Du spielst die viel zu viel? Dann findest du schon die Lust drauf. Aber WoW habe ich wirklich lange. 500 Stunden? Nein, du spielst die noch ein Outbriders. Vergiss, was ich gesagt habe. Was ist, was ist, was ist, Outbriders? Ach so, ja. Zumindest nicht die Multiplayer. Aber stehst du? Aber alleine kann ja weiter spielen. Wenn ich nicht alleine auch rausfliege. Nein, alleine passiert es eigentlich nichts. Das hat man nicht probiert. Ja. So macht das Spiel auch nicht wirklich Spaß, wenn ich den Out rausfliege. Ja, das ist gut. Das ist logisch. Mir macht das nicht Spaß. Ja. Okay Leute, legen wir uns ins Zeug. Ich darf sie looten, ich den texte. Ich glaube sehr gut. Das macht den hab ich. Vorratskiste bereit für die Abholung. Oh nein, ich komme nicht drüber. Also manchmal, wir sind so ein Supersoldat, und wir schaffen es, über den Deportive-Länder drüber zu klettern. Auftrag aktualisiert! Jetzt, so wieder mit der Mauer. Ich dachte, die Mauer ist ja viel zu hoch. Gertäuscht. Warte, ich nehme das Recht. Achso, du bist ja auch da. Egal. Bedrohung! Stehe unter Feindbeschuss! Am anderen Dach drüben ist ein Feind, okay. Aber ich habe keine... Nächstes Ziel entdeckt! Hier ist ein Scharfschützen. Hier ist ein Scharfschützen. Hier ist ein Scharfschützen. Du hast ein Scharfschützen. Habe ich jetzt gerade gefunden. Jetzt bin ich ready. Das ist ein Orangenes. Sturmgewehr lokalisiert. Ich kann dir auch 16 Munition Scharfschützung geben. Rettig, Tim Smith! Droppt er, weil ich komme mit der Sniper. Feindkontakt! Alles, ich komme sofort. Ich komme mit der Sniper. Nein, ich snipe ja nur. Ich habe keinen. Ich bin gefahren bei mir. Ich habe nur mein Prokuss. Ja, das ist natürlich in der Feuerwehr. Aber du bist schon selbst in der Bewegung. Ich glaube wir müssen auch mehr mit denen schwingen. Es würde uns sicher ein paar Situationen helfen, nicht immer. Alle Vorratskisten gefunden. Ja, ich gehe oben. Das heißt so wichtig, dass da keiner drinnen ist, ja? Ja, ja. Aber es dürfte wohl keiner drinnen ist. Also Schwimmbadwagen halt. Keiner drinnen ist. Bam! Bam! Was ist das alles? Schwimmbadwagen halt. Ding. Ich habe keiner, was da schwingen wird. Kessel. Wegpunkt markiert. Ah, okay. Ah, die ist da oben, die Kiste, okay. Ich habe immer so Angst vor dieser Leiter. Panzerung hier. Bei diesem Feuerwehrtung, das mache ich noch ein bisschen. Da gibt es mir Angst. Ah, da sind die, ne? Aktivität. Negativ. Negativ. Kannst du ein paar Abzeugungen oben lassen, oder gibt es keine mehr? Nein, es gibt keine mehr. Sie haben mich anvisiert. Markiert ist irgendwas da. Neue Position. Die sind da im mittleren Stock. Die sind nicht oben. Achso. Nein. Alter. Der ist geshield-breakt, aber er ist nicht tot. Ja, ich mach mal was holen. Wie kann man die Leiter runterfliegen, Alter? Es gibt hier noch was zu schrauben, Alter. Ich wollte die ganze Leiter runtergehen. Weißliche Drohne über uns. Die haben sich da hinten an der Dinger wohnt. Okay. Kennst du dir hier deine Dingskrupp, Alex? Ja, geh mal hin, oder? Das bringt ja nichts, warum wir hier brauchen. Ja. Brauchst du einen Baller? Ich übernehme das Lenkrad. Alter. Die sind da hin oder nicht? Ja, bitte. Ich brauche gerade die, bitte. Aber ich muss... Ja, da. Komm her, ich hab doch einen Baller, Alex. Wir brauchen halt viel zu lange, Mann. Okay. Wir kämpfen da halt komplett. Und wenn wir sich da einmischen, können wir noch zusammenstammeln. Okay, rechte Baden. Da oben ist einer. Da sind wohl viele Teams, Alter. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Aber da ist noch einer. Anderes Team, aber... Der ist oben. Einen hab ich hier. Einen hab ich hier. Stehe unser Beschuss! Oben mit einem Dachschilte. Nehmen wir links. Nehmen wir links. Okay. Kannst du dich bewegen? So, ich gucke. Komm. Freude. Da liegen überall Platten, gell, bei mir. Und wo ich auch immer aufwachen könnte. Ja, da auch. Wer kommt? Stark, Alter. Das müssten jetzt alle gewesen, sonst hat ich eine Panzertasche. Panzerung hier. Oh, ich nehm die Kau. Ich wollte gerade die Kau nehmen, aber wo stehend du ruhig die Kau? Okay, nein, dann nehm. Ich nehm sie ruhig. Nein, ich nehm sie im Blut. Hier ist ein Sturmgewehr. Wo hast du es hingelegt? Da. Okay. Weil jetzt kann ich mir Dings holen. Geist direkt. Schockst du mir das Geld? Ähm, glaube ich, also... Also, das wär jetzt stark gemacht, oder? Aber die Schweizer ist gut. Die Schweizer hat, äh... Dings... Ja, schon. Die Schweizer ist eine bisschen schlechtere Kau. Mein feindliches Team jagt dich. Pass auf! Ich hol mir dann gleich die Selbstwiederbelebung. Bitte? Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Das ist richtig. Ja. Ja. Da kommt... Achso... Oh, er da. Sorry. Ich hab Schiedsäckert. Ich dachte, ich kann halt diesen. Sorry, wo gehen wir jetzt hin? Ich weiß nicht. Wir könnten ein Airport rein. So, hier ist Geld. Gehen für den Offen. Das ist die Selbstwiederbelebung, Alex. Ja, wenn's geht. Wir sind halt auch fast auf Nahe. Die können ziemlich schnell kommen. Ja. Wir haben schon wieder als Team... Aber jetzt haben wir als Team... Oh, die sind schon da, glaube ich. Okay, da ist ein Quote auf jeden Fall. Na, Bedrohung wird aber nicht mehr. Ja. Ja, aber das entfiext die. Wenn ein Quote so direkt zu uns kommt... Ich geh ein bisschen ausnahm. Da ist er. Aktivität! Oh, das ist... Er ist geschild-projekt, aber er wird sich wahrscheinlich jetzt Platten setzen halt. Ich geh da lieber runter vom Dach. Weil sonst werde ich wegbleiben. Ah, da hinten ist einer. Aktivität! Bin so weit weg. Bei mir! Bei mir! Bei mir! Bei mir! Bei mir! Oh, Alter! Oh, der liegt's doch oben. Ich war nicht oben! Dein Teammitglied ist im Gulag. Nur wer überlebt, wird erneut eingesetzt. Da musst du kommen! Wir sind hier im Fall. Komm! Zu mir! Zu mir! Zu mir! Zu mir! Zu mir! Er pusht mich! Er pusht mich! Er pusht mich! Er pusht mich! Ich bin irgendwie auf der falschen Set! Ich konnte da nicht durch. Teammitglied wurde für erneuten Einsatz freigekriegt. Ich bin wieder dabei. Ich bin wieder dabei. Ich bin wieder dabei. Haben alle drei. Ich habe ihn nicht wieder belegt und er ist im Stein hängen geblieben. Sonst war er jetzt durch. Aber Norbert, das sind die Situationen, wo du halt gar nicht weggehst. Vor allem, ich war nicht oben, Norbert. Ich war genau in der Mitte. Ausrüstungslieferung ist unterwegs! Na, du warst hier, oder? Ja, aber wo warst du, ist die Frage. Und er ist hier gekommen und habe mich von hier erschossen. Von hier. Ja, ich habe ihn eh gerade gesehen. Wir sind genau in einer Reihe gestanden. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Ich habe jetzt einen Geist mehr. Aber jetzt ist es wurscht. Kann man holen da. Ich wollte jetzt sagen, es wird doch eine Ausrüstungslieferung. Ja. Ich habe halt kein Selbstreerwärter mehr. Feindliche Drohne über uns. Norbert? Aber alles kostet. Kann man ihn kaufen. Ja. Ich glaube, du mein ganzes Ziel kann seine Drohne kaufen. Na, nee, kommt ja auch an Dings. Ich, 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 ich... Ich, ich, ich... Achso, ich halber kann es jetzt. Warte, soll ich denn alles? Ne, 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 ne! Ach, ich war jenes. Ein Fischhaut! Geht sonst kommt noch einer. Na, das ist gut. Oha, voilà! Morde! Tschüsch! Lauf niemals rein in den gleichen Raum. Willkommen im GULAQ! Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du... Wenn du überlebst, älst und die Freiheit! jetzt bist du da kam es bereit du kannst zielübungen beim warten machen mit sport hinterlässt du einen bleibenden eindruck mit geworfenen stein wenn du es auch direkt zur auslösungslieferung nicht der kampf läuft macht dich bereit du bist als nächstes dran ich wäre schon wieder gestorben wenn ich nicht wusste dass es wenn du diesen kampf gewinnst kehrst du zurück an die front aber wenn du verlierst war es dass zeit deine freiheit zu verdienen soldat ja ich weiß nicht ich sage ich weiß wie sie heißt aber ich achte nicht drauf leider die sind tatsächlich noch da letzte wenn ihr außerhalb des kreises sein schwingt die hufe die schicken dich zurück zur basis dein team kann dich noch frei kaufen wenn es genug geld hat aber ich bin halt alle mit diesen schwarzen skin heute sind schweig Natürlich haben sie kein Geld liegen lassen. Nein. Das wollte ich gar nicht. Schade. Du bist schon, es geht schon. Ja, ich habe alle drei geholt, die da an der Mauer waren. Achso, die haben den wiederbelebt gehabt, weil ich habe den nämlich ausgenockt. Ja, er hat sich selbst wiederbelebt. Und dann habe ich ihn noch einmal genockt, den anderen genockt. Dann war ich genockt, weil der dritte gekommen ist. Und er ist dann Gott sei Dank im Felsen hängen geblieben. Er konnte ja nicht drüber springen. Er wollte unbedingt drüber springen, wenn er mich einfach holt. Du könntest dich eventuell als Maisgesuchten markieren und da ist auch ein Auto in der Nähe. Wenn du auch das Irgendein wäre, habe ich hier drüben ein Taxi. Nein, ich glaube auch das Arsch. Das ist alles. Vor allem ist der Maske sucht auch außerhalb. Obwohl, oh ja, Alex, eigentlich würde das schon gehen. Wenn du halt immer nicht befahrene Dinger verwendest. Ja, aber ich nehme lieber den da. Alles geht. Oder hast du kein Auto? Oh ja, hat er. Ah ja, aber nur ein Geländewagen. Ja, du hast auch einen Geländewagen markiert. Wie kommt man da jetzt rauf in den Mann, Schatz? Ich sag ja, ich wollte immer Flughafen. Ha! Jetzt bring ich es nochmal. Stairs? Stairs, ja. Stairs runter. Stairs rauf. Scheiße. Obwohl nichts genug ist, gibt es ja kein Gerät. Was the fuck? Hast du den Fall im Aktionen? Hast du den in der Innenstadt? Hast du den in der Innenstadt? Und den Hamsterauftrag? Ich schau mal. Hamster... Ach das irgendwer... Ach, warte mal. Hier ist auch noch gesucht. Ach das irgendwer... Ach das irgendwer... Aber, ja, bei dem gesucht hast du halt, woher das Zeichen gelassen hat. Da hat's halt mal. Ja, und hier gibt's auch was halt. Auch das irgendein? Oder ist das, das war der ja, gell? Vergesst, was ich gesagt habe. Da liegt noch Geld, ja, genau da auch. Was war das? Hm. War lang, ja? Dürft doch lang, wir sind's halt. Ja. 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 Ja, ich hab's nicht. Ah! Ja, war lang. Schock. Versorgungsstation gefunden. Jetzt kannst du zwei holen, oder sogar? Ich glaube, einen gratis und einen mit 4.000, oder? Ja, da hätte ich aber einen Auftrag gebraucht. Achso, ich dachte, du hast den Auftrag genommen. Nein. Ich will jetzt nicht den Auftrag suchen. Nein, eben leider nicht. Sorry. Ja. Hol jetzt Dominik aber. Wo bin ich die da? Hm? Wo bin ich die? Hol sich immer dieses LMG. Weil du da bessere Spieler bist. Ist doch scheißegal, oder? Braucht sie nur. 2.200. Freude. Alex, danke. Du Arsch. Da. Hier ist ein Sturmgepfiff. Scharfschütz. Medizinische Vorräte. Lokalis. Markiere Panzerung. Da drin auch. Da kommt eine Pole. Am LKW. Was kommt da? Da ist ein feindliches Fahrzeug gesichtet. Da ist ein feindliches Fahrzeug gesichtet. Da schließt eine Heli ab. Vorsicht. Ich stehe unter Beschuss. Ich stehe unter Beschuss. Beide noch. Wo ist der dritte? Keine Ahnung. Aber der ist nicht abgesprochen. Sonst wäre einfach irgendwann nicht. Brauchen wir einen Shop? Versorgungsstation gefunden. Achso. Gibt es das Geld? Du bist besser ausgerüstert. Ich hole Norbert. Drop? Achso. Ich soll droppen. Ich hab verstanden. Du bist besser ausgerüstert. Ich hole Norbert. Falls ich sterbe. Auf jeden Fall sind mir das auch nicht. Also Loot gibt es ja auf jeden Fall genug. In Game House war der Loot. Ich seh mich hier mal, oder? Ich kann mir vorstellen, dass der halt immer noch da hinten ist, Alex. Das ist vielleicht vorher nicht. Das ist dann eine Option. Weil die Kiste stehen noch da. Das heißt, die könnten... Nein! Das war ein Fix. Wir sind hier in dem Fall. Der hielt ja abgeschützt. Ja, der hielt. Genau. Aber vielleicht gehört der zu denen. Vielleicht sind sie mich hier in den Start reingeschmackt. Achso. Ich hab halt so eine Snapper. Wenn hier so eine Snapper liegen würde... Fein Kontakt. Okay, jetzt sind sie weg. Das heißt, sie haben eine Go-Roll verloren. Aber ich schieße auf den natürlich. Ich hab nur einer. Hinten, die kommt ein Pots. Bei mir geht einer. Vielleicht bin er sich das gewesen, der gegangen ist. Kann sein. Der ist geschillt, bricht. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Ich sage, Grau ist Liebe. Grau kann man sich verlassen. Na, wie schaut's aus bei dir? Ich bin bei euch. Nein, wir looten an der, glaube ich. Auch. Genau so. Ja, ich bin ausgerüstet. Okay. Ich habe eine AUG und... Da liegt noch eine goldene Kiste, die hole ich mir gerade. Eine NATO. NATO ist zwar euch, aber... Okay, nein, jetzt... Und null Panzerplatten, außer die, die ich am Körper habe. Aber was sonst? Das sind Panzerplatten, Mann. Panzer, okay. Ich glaube, da war eine Panzertasche sogar. Bei dem tut. Warte mal. Nein. Aber da hast du noch eine L-C-10. Nimm jemand diese Taktikgranate. Ah ja. Wir müssen uns langsam weiter, ich möchte nicht diese Zone dran haben. Lacken. Aber wir sind nicht kurz wenig, gell? Ja. Ich glaube, graue. Graue ist... Das Gas kommt! Geht? Geht. Lass doch auch noch Panzerplatten. Markiere Panzerung. Okay. Die Panzertasche habe ich mir genommen. Alex fand ich, ist mir gerade eingefallen, die du wahrscheinlich gekriegt hast. Ah, okay. Vielleicht haben wir gesehen, es war irgendwo alle. Achter, oder? Unterwegs! Was heißt das mit grauem Kino? Ach ja schon. Oh, woher uns ist das eingeschlagen? Ja. Ich rücke vor! Da ist wie eine Granate oder so Rauch oder so gewesen. Hast du das gesehen alles? Was, da dreht sie? Das kann sein. Aber dann müssten die irgendwo hier sein, wenn die da mit dem Prezi schießen wollten. Da liegt Loot. Da liegt auch eine Panzertasche. Scharfschützengewehr gefunden. Wo ist ein Scharfschützengewehr? Und da ist ein Heli. Feindlicher Heli! Und eine Panzertaschenarbeit. Und direkt zu dem nur gesnabbt. Schauen wir, ob ich das sehe. Mann. Ich möchte auch nicht so viel, wie ich keine Uppen fühle. Ja, auf mich wurde gesnabt zulegen, du. Er hat nen Schuss. Njuiii! Gehört! Der muss kommen. Der muss kommen. Oh, da ist einer. Feind, Kontakt! Kontakt! Verdammt! Ja, aber ich hab's dir gesagt. Ja. Wollen wir ein Stück noch mal helfen? Es gibt hier noch was getötet. Hier! Du schaust halt immer, wo die Sachen sind. Der Kampf ist vorbei. Das ist jetzt eine Geisterstadt. Kann man nicht schlafen, wer genau ist? K.O. Der ist K.O., aber der hat wahrscheinlich auch geschlossen. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Bedrohung! Oder der wird sein Team jetzt holen wollen, ja. Ja. Feindliche Drohne über uns! Ja, der holt ihn fix. Ich pass. Ich werd' die wiederholen. Irgendwo noch ein Schuss. Von rechts kam der. Okay. Pass auf, da unten ist auch immer. Truppenkontakt! Jetzt krieg' ich den nicht wieder. Ist halt in gleichem Stand. Ja, okay. Ich würd trotzdem über rechts hergehen. Ja, pass. Ist es unnötig, wenn ich das stundenlang versuche. Norbert, komm mit. Du wartest schon wieder. Genau. Du bist durch. Das war's jetzt nicht hier! Norbert, schau. Und weil du heute wieder liegen geblieben bist, ewig lange, sind wir heute da. Ja! Noch 25 waren übrig. Ihr Bisser! Sie haben uns besiegt, aber wir werden uns kennen. Ich stell' auch noch auf Gold, Alex, oder? Den zweiten hab ich nicht mehr gleich. Ich spät bisschen.